Freunde der Sonne, hallo und herzlich willkommen hier bei GSI. Ich bin Lukas. Schön, dass ihr dabei seid. Gemeinsam mit Lordle, Nate und Special Guest, den grönen Baron, sind wir jetzt hier auf der Autobahn nach Seoul in der großen Variante. Jungs, schön, dass ihr dabei seid. Let's go. Hallo. Rie. So. Doppel-Tomcat. Arty, arty. Bin Jan Schott. Ach, Mann, das war ich. Hi, Bjad. Abfangjäger, vier Abfangjäger. Wenn er schlau ist, fahr da rein, muss er einen halten. Nice. 100 Punkte. Und die andere Seite hat er gut gemacht. Und die Tomcats. Boah, Alter, du hast so viel unpauschelndes Glück, da hat er ein Schwede. Ich glaube, er hat gerade beide Flieger verloren. Ich glaube nicht, dass das Glück ist. Na ja, das hat er gut bekommen. Lohnt hat sich's nicht. Und Lorde verliebt jetzt den nächsten Flieger. Links, wo du irgendwas genauer hast. Oh, ich, Profi. Du hast es in die gar nicht zu tief. Keine Kapriolen. Äh, klar, cooler, linke Seite. Command umbewegen und die Dab eventuell nach vorne. Die Dab ist gut, ja. Boah, habt ihr das gesehen? Ich spiele sogar Helikopter. Äh, ja. Können wir die K-16s hier auch mal treffen oder das wäre ein Träumchen? Weil die haben so viel in Flieger investiert, das muss eigentlich bestraft werden. Na klar. Ich hab soweit irgendwie noch keinen richtigen Gegner auf der linken Seite. Ich guck mal, was da abgeht. Ich werde die Automatik ausmachen, sonst nehmt die Karten sie gleich. Ja, guter Call. Zähl mal durch bei euch, welche Gegner ihr habt. Ich hab bei mir Red vor. Der Chinese ist in der Mitte mit dem... W-M-U-M. Geil, 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 geil. Ich busche vom Bravo. Kannst du hinter deinem Black Hawk ein bisschen nach vorne schieben bei Juliet, das für sich kriegen auf die K, falls sie noch da ist? Ich habe zwei Spieler in Dölzern. Brauchst du Hilfe? Ja, vielleicht. Was brauchst du? Ich werde helfen. Leider sind viele Panzer, oder? Zwei UM und zwei Wilk. Viele Infanterie. Check. Ich habe einen Biggang gekauft. Ich mache das gleich kaputt. Sehr gut. Ich habe nur einen Mann von Fettbewerb. Ich habe nur einen Mann von Fettbewerb. Ich habe nur einen Blink. Das E-V-Mitte wird gekauft. Feindliche Werfer schießen. Zwei Stück. Von hier. Und von hier haben wir die Atterkamps. Jungs, haben wir die Atterkamps? 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 Nein, noch nicht. Luftabwehr bei dir, Grüne Brunnen? Oh, Vater. Eins, Sekunde. Ah. Nicht null, Flüge. Weiger, wie die Luft. Viele Flugzeuge, äh, Flugzeuge auf der linke Seite. Nein. Nein. Oh, Jaks. Wer verschießt von hier? Okay, ich, äh... Ich brauche die Luft. Check. Check. Ah. Fuck. Okay, was zuvor? Oh, Scheiße. Okay. Ich brauche noch was gegen den Panzer. Ich brauche noch was gegen den Panzer. Ich brauche noch mal, face zu. Ich brauche mich oder, developers. Immer noch Sieht Immer noch Sieht Ich bomb die Panzer hier vorne Das ist äh Oh, Jürgen, Jürgen Ja Ja Check UM wird gebombt Bomben müssen raus Okay, auf der Fall Wir können sie beide Schüsse abgegeben Ah, fuck, UM ist hier vorne Seed, Mitte Ja Na Sams, come on Nice, good job Seed ist tot Für die UM Nein Kein Treff Äh, wegen für die UM kommt Ping UM Äh, Ping Ja Äh UM ist fit, aber Nichts für gut Läuft Läufts reiches? Ja, geil, der Buddy Okay Ist das jetzt bei uns schlecht Wegen das Rallye Sind die UMs tot? Gibt das die noch? Äh, kein Tod Äh, kein Tod, ähm Okay, Ping Wim Ich denke... Ich Idiot, ich Idiot Oh, ja, 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 ja Check Uh, AA hier hinten Oh, wow Woher Und der Guy Oh, auch Was von der Weg haben? Ja. Oh fuck. Hat jemand, ähm... Infrarotlufter wer? Hm, für die linke Seite. Negativ. Wo? Äh, da wo meine Nase ums Kader steht, ungefähr. Ei. Gegner tickt übrigens. Haben wir da... Ja, das ist alles gut. Habe ich gleich wieder. Ja. Links, äh... Sehr viele Hubschrauber. Eventuell da wo die Automatik steht, bräuchten wir gleich auch noch mal was. Mit Infrarot. Ja, aber da reicht ein Man-Pit. Jaja, aber irgendwas brauchen wir da halt. Ja. 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 Sieht? Nee, Eelbomber. Eelbomber, Mitte. Na, du meinst die Bühne. Oh. Oh. Peekern schießt. Atom Guzka. Shit. Sieht Mitte. Fuck, äh, Juliet. Wir brauchen äh, äh, Juliet. Schnell. Ei, Bjat. Warum bin ich so behindert? Oh, Automatic, pass auf. Oh, buddy, what the fuck? Ja, tschau doch, ey. Tut sich aus. Na, jetzt lädt sie erstmal wieder zehn Jahre. War das so schlecht? Ach, das war deine letzte Aktion von denen. Da ist India Commandos gespottet. Ich hab damals. Müssen wir's halt zu lösen. Buddy. Pana. Feindliche Ärger. Ach, das wurde doch alles abgeknallt, Stück für Stück. Ganz viele Jäger und Milibomber. Nicht. Äh, Baron, India CV bewegen. Hm. Bomber, Dings. Boah, dein Glück, dass die ja der Rande kritisiert. Hm. 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 Hm, hm. 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 Ist klar? Ja, ist klar. Ähm. Ah, die Blatt machen. Ähm, wir machen ja. Sehr gut. Äh, yikes. Vito OTA. Pickern schießt auf Vito. Ei. Ah, das ist schlecht. Mehr Hubschrauber links. Ah. Ich sehe weh. Uh, uh. Uh. Alles klar. Das ist ein CV-Hubschrauber, jede Wette. Was, okay. Was gibt's immer noch? Entw компании, Umfeld und mehreregr时 wieder... Abfangjäger feindlich, Entre. Auf dig. Ja? Ja, zieh dich wieder an Ah, ok Ja, ich hab die... den E-Bomber mit einer CS runterkult Uuuuuh, ich hab gerade Ja, ja, kein Problem, ich bekomme die Kommentare Ja, ja K52 links Ok Ja, ja, gut, gut Wobei, was auch immer der erzählt, von wegen irgendwer war AFK Der Typ war doch selber AFK Da war niemand AFK Ne, da war keiner AFK Einfach hier der Leutnant, der Oberst Geil, 2000 Games, scheiß Noob Ja, also... Ja, aber gut Danke für die Runde, euch da draußen, vielen, vielen Dank Für's zu gucken, cool, dass du dabei warst Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann tobt euch aus Wir haben auf dem Kanal eine ganze Menge Grüne Baron, cool, dass du dabei warst Und bis ganz bald, ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal